Und damit sind wir mitten im Thema drinnen. Wir haben gesagt, es gibt eine Insider-Botschaft und ihr wisst ja, Insider-Botschaften, das hat so auf sich. Nicht wenige Leiter von großen Firmenkonzernen sitzen im Häfen, weil sie Insider-Botschaften und Insider-Nachrichten weitergegeben haben. Das läuft so, zum Beispiel ein Unternehmen weiß, dass die Bilanz nicht sehr gut ausfallen wird, weil irgendwas zusammengebrochen ist, ein neuer Markt ist nicht erschlossen und so weiter. Und dann sagt er seinen Freunden, sagt er dann, du Bursche, pass auf, ich sag dir was, du hast Aktien von meinem Unternehmen, aber meinem Unternehmen geht es nicht gut. Ich werde in zwei Wochen die Quartalszahlen veröffentlichen und wenn die rauskommen, dann wird ein Raunen durch die Leute geben, die Leute werden geschockt sein und der Börsenkurs wird fallen. Jetzt sagt er dem das vorher, Insider-Info und er denkt sich, ich nix blöd, verkaufe gleich zum höheren Kurs, dann fallt es runter und umgekehrt ist das, so läuft das mit dem Insider-Handel. Und heute ist es irgendwie auch so, wenn du diese gewaltige Lesung anschaust, die hat ganz viel mit Insider-Wissen zu tun. Das schauen wir uns gleich an, vorausgesetzt mein Wunderding funktioniert wieder. Ah, ich glaube schon. So, vier, wir haben vier Punkte, die er sich da anschaut. Und erste, die Vögel. Ich habe leider keinen anderen Vogel gefunden als so einen blöden Kanarienvogel, aber es war gestern echt schon spät am Abend. Ein Kanarienvogel ist auch irgendwie ein Vogel. Und wenn du Jesus kennengelernt hast in deinem Leben und begeistert bist von Jesus, dann erzählst du Menschen von Jesus. Und vielleicht ist es schon mal passiert, dass du sagst, wow, hey, ich habe echt die Lösung für dich und der hört zwar zu, oh ja, aber du hast das Gefühl, das kommt nicht durch, der versteht irgendwie nichts davon. Da kommt einer und nimmt das wieder weg. Wer kommt? Es kommt der Böse. Der Böse kommt und nimmt dir alles weg. Dann gibt es den Zweiten. Das ist der felsige Boden. Und da kommt, da gibst du einen Samen und da erzählst du Menschen vom Reich Gottes und du sagst, wow, kann das echt stimmen? Und du fangst ein bisschen an zu erklären, was das Vaterherz ist und wie der Vater den Menschen gedacht hat. Du bist, der andere ist total bewegt und sagt, wow, das ist ja sensationell, das ist ja die Lösung für mein Leben. Und plötzlich beginnt er voll, Jesus nachzufolgen und du hast ein bisschen Sorge, weil der ein bisschen abgeht. Du denkst dir schon, ist das normal? Alles ist nur mehr Gott und Gott und Gott und Gott und Gott. Und dann kommt der erste Widerstand. Dann kommt die erste Herausforderung. Dann kommt irgendwo was und plötzlich fällt der ab. Bei meiner ersten Bekehrung vor circa 200 Jahren, da war das so, da war ich so eine Freundesklick irgendwie drinnen. Und wir haben uns alle irgendwie gleichzeitig bekehrt. Das heißt, ich bin indirekt bekehrt worden, weil ich war unsterblich verliebt an ein Mädchen. Das war in der Klick drinnen. Und wir haben uns ganz oft getroffen und das war so toll. Und dann sage ich, ja, treffe ich uns nächste Woche auch. Und sie sagt, nein, ich war's. Und sie sagt, nein, wir treffen uns nicht, weil ich fahre jetzt für sechs Wochen nach Medjugorje. Und ich, nach Medjugorje, da wollte ich schon immer hin. Was ist Medjugorje? Was ist Medjugorje? Ich habe zum ersten Mal das Wort in mein Leben. Medjugorje gehört, ja. Und dann habe ich tatsächlich mit ihr hingefahren. So quasi ein Last-Minute-Check-In. Und für die Leute, die Medjugorje kennen, da gibt es diesen... Also Medjugorje ist ein Ort, wo viele Leute glauben, dass Maria dort erscheint. Ich glaube, das irgendwie auch, komischerweise. Aber es scheint wirklich so zu sein. Und da gibt es so einen sogenannten Erscheinungsberg. Und da gibt es so einen Weg hinauf. Und den Weg haben wir gebaut. Das war ein Jugendprojekt. Im Schweiß unseres Angesichts mit Krampen. Wie sagt man Krampen auf Hochdeutsch? Spitzhacke. Mit Spitzhacke und Schaufel und Zeugs und Unkraut ausgerissen und so weiter. Und nach vielen Jahren war ich vor ein paar Jahren wieder mal unten, meinen Weg zu suchen. Und wenn da so der Berg ist, der eigentliche Weg ist immer so rübergegangen. Da haben wir ganz weit rübergegehen müssen und da waren wir dann da. Und wir haben den Weg so hinaufgebaut. Das war ein ganz dünner Weg. Der Weg war zwischen einem halben Meter und einem Meter circa haben wir den gebaut. Und jetzt war ich da in vielen Jahren wieder dort und suche meinen Weg und denke mir, das gibt es ja nicht. Die volle Autobahn. Der Weg ist 25 Meter breit. Jeder Stein ist spiegelgatt abgegangen von Millionen von Leuten. Also den Grundstein haben wir dort gelegt. Und in der Klick dort, wo ich war, da war auch die Schwester von meiner Freundin dann. Ja, sie ist wirklich die Freundin geworden, aber die Schwester von der beinahe Freundin. Nennen wir sie mal so, ja. Und die war unglaublich. Das war mir so fasziniert. Erstens war sie auch bildhübsch, ja. Und dann hat sie, es war nur Gott und nur Jesus und Christus und wow. Und ich habe mir gedacht, das ist echt cool. Und es sind mehr Leute herumgekommen und die waren alle irgendwie so, die waren irgendwie so gläubig, waren die irgendwie, ja. Und ich war so, ich bin mir so ungläubig vorgekommen drinnen. Und auf meinen ersten Schritten und so zaghaft und die haben sich so rein investiert und so echt schonungslos. Und ich war eher so skeptisch ein bisschen und ja eh, aber eigentlich habe ich nur die eine gesehen, deswegen habe ich es ja gemacht, ja. Und dann, Jahre später, triff ich die wieder. Karin hat sie geheißen und triff ich die eine wieder. Und dann, hey Karin, wie geht's dir und so. Und sie sagt, ja. Und dann reden wir über die alten Zeiten. Und dann sagt sie zu mir, ma, kannst du dich erinnern, damals, als wir aufgeführt waren, wow, wir waren so naiv. Und ich dachte mir, was? Hey, ich bin immer nur so naiv, ja. Und das hat mir ein Stich ins Herz hineingegeben, weil, wo sie sagt, ja, das war die alte Geschichte und das war doch echt toll, ja. Ja, ich bin nie aufgegangen wie die Saat, die auf diese, auf das kleine Dünne geht und dann voll rauf schießt. Sondern ich bin ganz langsam aufgegangen, aber ich bin es immer noch. Auch 15 Jahre später noch. Und das hat mich echt tief getroffen. Und sie ist für mich so ein volles Beispiel, die mich so inspiriert hat damals, die so viel Leidenschaft gehabt hat. Und was mit dir passiert, komplett weg. Komplett weg. Und das erinnert mich immer so dran, und dieses kleine Pflänzchen, das irgendwo aufgeht, Gott kennenlernt, riesengroß aufschießt. Und dann kommt Widerstand, dann kommt die Sonne, dann kommt irgendwas und alles bricht zusammen. Der dritte. Das dritte Beispiel, das Jesus sagt, ist das Korn, das erstickt wird. Ich habe überall gesucht auf Google, ein Korn, das erstickt wird, oder ein Pflänzchen. Aber ich habe improvisiert. Da, 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 da. Oh. Oh nein. Ah. Ah, nein, das passt überhaupt nicht. Ah, das Unkraut wäre jetzt total genial. Ah, da kommt. Ah, hier kommt das Unkraut. Das ist Pflänzchen, das vom Unkraut, vom Unkraut irgendwie, irgendwie erstickt wird. Und Jesus spricht, spricht ganz, ganz klar davon, ja. Da, da hörst du, da hörst du, dass es Gott wirklich gut mit dir meint. Da hörst du, dass Gott einen Plan in deinem Leben hat. Und dann kommen, und er sagt genau, was es ist. Die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum kommt und beginnt dich zu ersticken. Die Sorgen der Welt, was werde ich essen, was werde ich trinken, werde ich heiraten, werde ich nicht heiraten, wo werde ich wohnen, welche Ausbildung. Alle diese Fragen kommen und ersticken dich unter trügerische Reichtum. Erinnert euch, erinnert euch an das Gleichnis. Da gibt es einmal die Szene, wo ein, ein ganz vieles geht ja ums Wirtschaftliche in der Bibel. Ich glaube, die wichtigsten Dinge in der Bibel kommen mir vor, ist Essen und Wirtschaften. Das sind so irgendwie die, die am öftersten, beides passt exzellent zu mir, finde ich. Exzellent zu mir. Und wo dieser eine Mann rausgeht, ja, und dieser Farmer quasi, ja, und hat eine Riesenernte, bringt eine Riesenernte ein. Und denkt sich, wow, was mache ich mit dieser Riesenernte, die hat nie Platz in meiner kleinen Scheune. Und dann überlegt er sich, er reißt die kleine Scheune weg, baut sich eine neue große Scheune, tut alles rein, was er geerntet hat und dann kann ich es mir, denkt er sich, dann kann ich es mir ein paar Jahre lang gut gehen lassen. Und der Herr sagt zu ihm, du Nardo, du Nardo, was tust du, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben zurückfordern, du Nardo. Und diese Sorgen, dieser trügerische Reichtum, das sind Dinge, die uns total bewegen, die uns total ersticken und die vieles von uns wegnehmen. Und dann schließlich spricht er davon, dass ein anderer ist, der sät und er sät hinein in den Boden und was passiert, es kommt reichlich Frucht und es steht eine voll die fette Ernte steht da. Voll die fette Ernte. Und so weit, so gut, ja. Und ich denke mir, warum, warum erzählt Jesus das Gleichnis? Warum erzählt er das? Und dann sagt er noch dazu, wer Ohren hat, der höre. Und immer wenn du in der Bibel so etwas liest, wie wer Ohren hat, der höre oder Spruch des Herrn oder irgendetwas ähnliches, dann weißt du, dass das immense Bedeutung hat. Immer wenn du das hörst, weißt du, das hat immense Bedeutung. Und er sagt dazu, wer Ohren hat, der höre. Und dann kommt noch eine unglaubliche Geschichte, ja. Da fragen ihn die Jünger, und warum, warum redest du in Gleichnissen? Warum, warum redest, warum, warum erklärst du den Menschen nicht alles, ja. Und er sagt, deswegen rede ich zu den Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen. Weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. Das ist eigentlich eine harte Aussage. Und dann sagt er, das Herz des Volkes ist hart geworden und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen. Euch aber, sagt er dann, euch will ich genau erklären, um was es geht. Und das ist schon ein bisschen spannend, ja. Ich habe viel nachgedacht über dieses Gleichnis und denke mir, warum, warum erzählt Gott dieses Gleichnis? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, warum er das erzählt. Weil die Kernaussage, die Kernaussage von diesem Gleichnis ist, schau mal, ihr geht da raus und ihr macht viel Arbeit und ich sage euch, wie es läuft. Das ist die Insiderinfo. Er gibt die Insiderinfo. Er gibt den Jüngern den Background und sagt den Jüngern, wie es läuft. Er sagt dazu, ganz klar, das, was aus dem Weg fällt, da kommt der Böse, wer auch immer der Böse ist, und nimmt alles weg. Da, wo es auf fälligem Boden fällt, sagt er, da ist, wenn du bedrängt wirst, wenn die Sonne kommt, wenn es eng wird, lasst du es fallen und es kommt wieder weg. Bei den Dornen, sagt er, die Sorgen der Welt und der trügische Reichtum erstickt es. Warum sagt er das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, dass er sagt, hey, liebe Leute, ich verstehe echt und ich sehe und honoriere, dass ihr euch müht und plagt, aber ich tröste euch jetzt ein bisschen und sage euch, warum es nichts wird. Ich sage euch, warum ihr euch so plagt und es kommt nichts raus. Könnte es sein. Das ist ja eine Möglichkeit. Also, wenn du rausgehst, wenn du Menschen in Christus bringen willst, funktioniert es nicht, weil eins, zwei, drei, das sind die Gründe, worum es nicht geht. Und das zweite aber ist, und er gibt dir die Erklärung dazu, dass er die Insider-Info gibt und sagt, schau mal, wenn du rausgehst und wenn du da was tun willst, dann findest du folgende Situation vor. Und die erklärt er dann ins Detail. Und das ist für mich der viel der schlüssigere Weg. Wenn ich einen neuen Markt erobern will, ich habe irgendein Produkt, ich erfinde einen neuen Energy Drink und sage, ich möchte jetzt Red Bull die Konkurrenz machen und in zwei Jahren bin ich sicher größer als Red Bull, dann muss ich mich auf etwas vorbereiten. Ich kann naiv rausgehen und kann sagen, ich investiere mein letztes Geld in Energy Drinks, gehe raus, verkaufe die und werde wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Warum werde ich keinen Erfolg haben? Weil ich mich nicht ausgewegt damit beschäftigt habe oder mir niemand erklärt hat, wie es draußen läuft. Und wenn ich jemanden habe, der sich auskennt in der Getränkebranche, der erklärt mir und sagt mir, schau mal, Bursche, hör zu, Red Bull ist der Marktführer. Sieben andere haben es probiert, die sind gescheitert. Du musst, wenn du ein Produkt hast, es ist eigentlich völlig egal, wie schmeckt das Produkt, viel wichtiger ist, dass du dein Produkt ins Regal reinkriegst. Du musst die Supermarktketten haben, die sind Schlüssel. Du musst die Gastronomie haben, die sind Schlüssel. Die werden dich nur nehmen, wenn deine Gäste dieses Produkt nachfragen wollen. Deswegen musst du das und das und das und das und das und das und das tun. So läuft es, wenn du ein Getränk auf den Markt bringen willst. Und Jesus sagt irgendwie da, er sagt dir genau, warum es mit dem Wort Gottes nicht klappt. Er sagt dir ganz genau, warum es nicht klappt. Und ich glaube, der Grund, warum er das sagt, ist, dass er sagt, wenn du das beachtest, dann wird es klappen. Ich glaube nicht, dass er uns beruhigen und trösten will. Ich schicke euch zwar in die Welt hinaus, aber seid nichts traurig, wenn es nicht klappt. Sondern ich glaube, dass er sagt, ich gebe euch den Tipp und ich gebe euch die Insider-Info, wie ihr effizient das Wort Gottes rausbringen könnt. Und wie komme ich darauf, dass er das sagt? Weil in der Bibel so viele Stellen und so viele Jesus-Worte drinnen sind zum Thema Bösen. Das Böse wird euch bedrängen, das Böse wird euch verwirren, das Böse wird euch versuchen, das Böse wird stehlen. Viele Jesus-Worte gibt es drüber. Zum Thema Begeisterung sagt Jesus ganz klare Bibelworte. Bei Begeisterung sagt er, Leute, seid besonnen. Er sagt, wenn du in den Krieg ziehst, dann überleg dir genau, ob die andere Armee stärker ist als deine Armee. Wenn die andere stärker ist, dann kehre um. Wenn du zu Gericht gehst, überleg dir genau, ob du gewinnen wirst bei Gericht oder nicht. Er sagt, wenn du einen Turm baust, dann überleg dir genau, ob du den Turm bauen kannst. Das heißt, ganz klares Wort zum Thema Begeisterung. Und auch zum trügerischen Reichtum und zu den Sorgen des Alltags sagt er auch ganz klare Worte. Er baut dir keine Schätze auf der Erde, die große Ernte, die Scheune, da spielt es nicht. Und er gibt somit den Background für das, wie wir rausgehen sollen und evangelisieren sollen. Und wenn du dir das im Detail anschaust, dann ist es eigentlich quite easy, was er sagt. Und das sind die Top Insider-Infos, die Jesus dir mitgibt. Und er sagt, und vielleicht wirst du jetzt überrascht sein, wenn du Reich Gottes bauen willst, dann ist die Regel Nummer eins, die dir sagt, du sollst das Böse im Griff haben. Es ist um, du kannst die Bibel drehen und wenden, wie du willst. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. Du kannst machen, was du willst. Du kannst es nicht wegdiskutieren. Und Jesus handelt das Böse sehr gut. Und er gibt seinen Jungen klare Anweisungen, wie das zu handeln ist. Und Jesus sagt da, wenn du Reich Gottes baust und wenn du hinausgehst und dein Wort verkündest, die Regel Nummer eins ist, du musst das Böse handeln können und du musst wissen, dass das Böse der Räuber ist und dass der Räuber kommt und das Wort stiehlt. Und das Zweite, das er sagt, ist, Leute, du musst in Lehre investieren und du musst Menschen trainieren. Du musst Menschen trainieren. Dieses Schnelle auf einen dünnen Boden fallen und raufschießen, da spielt es nicht. So läuft es nicht. Menschen brauchen Background. Menschen müssen Wurzeln schlagen. Du musst reingehen mit ihnen. Du musst mit diesen Menschen gehen. Du musst eins zu eins mit Menschen gehen. Dann wird das Wort Erfolg haben und dann wird das Wort Frucht bringen. Und das Dritte, was er sagt, ist, du musst den Menschen Sicherheit und Zukunft geben. Du musst den Menschen Sicherheit und Zukunft geben. Denn, wenn du das den Menschen nicht gibst, dann kommen dir Sorgen des Alltags und erdrücken dich und ersticken dich und bringen deinen kleinen Keim um. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du schon jemals von Gott erzählt hast. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du schon versucht hast, Gott nahe zu bringen. Warum? Weil dir diese Menschen wichtig sind. Und ich weiß nicht, wie oft du daran gescheitert bist. Ich ganz oft. Und in den wenigsten Fällen habe ich diese Dinge beachtet. Und ich habe eigentlich nie gecheckt, dass Jesus mit diesem Gleichnis ganz klar sagt, wie es läuft. Er sagt, du kannst mit den Menschen reden, was du willst. Du kannst reden mit ihnen, was du willst. Beachte diese drei Dinge. Händle den Räuber. Du musst den Räuber im Griff haben. Du musst den Räuber im Griff haben. Es reicht nicht, den Menschen einmal von Jesus zu erzählen. Du musst sie lehren. Du musst sie einführen. Da gibt es den einen Ausländer, der über die Schrift drüber fällt zur Zeit Jesu und sagt, hey, ich will mehr davon wissen. Und dann kommt ein Jünger und lehrt ihn. Eine ganze Kutschenfahrt lang lehrt er ihn und erörtert ihm die Schrift. Wir müssen den Menschen erklären, wie die Zusammenhänge sind. Wir müssen den Menschen erklären, wie das Vaterherz funktioniert. Wenn wir das nicht tun, dann werden unsere Bemühungen einfach fruchtlos bleiben. Und du musst diese Message rauskriegen zu den Menschen, die eigentlich die genialste Message ist, die Gott für uns hat. Nämlich, du hast Sicherheit. Ich bin deine Feste, ich bin deine Burg. Und was auch immer auf dieser Welt passiert, wenn du mit Gott gehst, führst du ein anderes Leben. Ich bin deine Sicherheit. Ich bin deine Sicherheit. Und du kannst 100 Lebensversicherungen abschließen. Du kannst 100 Sparbücher öffnen, Bausperrverträge machen, alles Mögliche. Das ist alles eine trügerische Sicherheit. Das ist so wie der Bauer, der seine alte Scheune abreißt und die große baut. Das wird dir nichts nützen. Du brauchst Sicherheit in deinem Leben. Und du brauchst Zukunft in deinem Leben. Gibt Gott dir Zukunft? Gott gibt dir große Zukunft. Gott gibt dir zweimal große Zukunft. Er sagt, ich habe einen Plan, ich habe einen ganz konkreten Plan für dein Leben. Und das Zweite ist, er sagt, du musst auf dieser Erde nicht alles erreichen. Du lebst, heute haben wir schon kurz darüber geredet, 60, 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Das ist nicht das Ende der Pfannenstange. Das ist nicht das Ende. Du musst nicht alles, was du vorhast, du musst nicht deine ganze Zukunft in ein paar Jahre hineinbacken. Sondern du hast, es gibt großes Potenzial und es gibt große Zukunft. Du hast den Fingerabdruck Gottes. Und das ist quasi der Geheimplan Gottes, wenn du Menschen zu Christus bringen willst. Hab das Böse im Griff, investiere in Lehre und trainiere die Menschen. Nimm sie mit dir an der Seite. Es ist Jüngerschaft. Geh mit ihnen Seite an Seite und gib den Menschen Sicherheit und Zukunft. Wollen wir kurz beten? Vater im Himmel, mein Gebet ist, dass wir mehr und mehr deine Geheimnisse verstehen. Mein Gebet ist, dass wir mehr und mehr begreifen, wie du den Menschen gedacht hast, wie du Reich Gottes gedacht hast. Vater, mein Gebet ist, dass du mehr und mehr Menschen zurüstest, um wirklich hinauszugehen und Reich Gottes aufzubauen. Vater, mein Gebet ist, dass du uns lehrst, wie wir den Räuber in den Griff kriegen. Vater, mein Gebet ist, dass du uns lehrst, wie wir Menschen lehren sollen. Dass du uns ermutigst, mit Menschen Seite an Seite zu gehen und sie zu trainieren. Durch Höhen und Tiefen durchzugehen. Und Vater, mein Gebet ist, dass du uns bevollmächtigst, Menschen Sicherheit zu geben, Geborgenheit zu geben, Heimat zu geben und Menschen Zukunft zu geben. Vater, meine Sehnsucht ist so groß, dass kein Mensch verloren geht auf dieser Welt. Und Vater, meine Sehnsucht ist so groß, dass Menschen in Freiheit leben können. Frei von Zwängen. Frei von Ängsten. Und frei von Sorgen. Vater, mein Gebet ist so groß, dass du der übernatürliche Versorger wirst. Und Vater, ich will dich bitten, dass du Menschen rufst in deinen Weinberg. Dass du Menschen berufst in deinen Weinberg. Die Ernte ist groß und es fehlt in den Arbeitern in allen Ecken und Enden. Um all das bitte ich. In Jesu Namen. Amen. Sunday Morning. Worship, Prayer und Preach. Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei! Für mich,opers. Für mich. Bis zum nächsten Mal.